Nein, ich werde mir Raketen angucken, aber nicht selber verschießen. Ja, es preist sich so ein bisschen hoch und da sage ich, hey, das Geld kann ich auch woanders investieren. Wir verschießen Knaller, weil es einfach dazugehört und für die Kinder schön ist. Ich verschieße sicher keine Knaller, weil mir das zu teuer ist und ich kann es nicht hinterher sehen. Und Umweltschutzgründe. Das sind die Hauptgründe, warum wir keine Queier verschießen. Ach, machen wir schon. Wenn das dann auch die ganze Stadt macht, dann ist es einfach so ein schönes Reihenfeiern ins neues Jahr. Das neue Jahr beginnt mit einem großen Knall und das alte endet damit. Wir feiern kein Silvester. Ja, genau. Die Antwort ist es zu teuer und belastet die Umwelt. Wir haben so einen tollen Ausblick vom Balkon aus, dass wir da bis in die Alpen sehen und dann schauen wir uns das lieber so an. Ja, also ich verschieße selber keine, aber bei uns in der Gruppe ich verschieße nicht mehr welche. Das ist ja ganz schön eigentlich. Ich mache das einfach. Ich habe das jahrelang nicht gemacht, aber dieses Jahr mache ich es. Nee, ich selber nicht. Aber mein Vater und mein Bruder. Also ich würde dann eher Bleigießen machen oder sowas, anstatt Raketen abzuschießen. Nein, überhaupt keine. Nee, wir sind im Hotel im Tannheimer Tal und die machen ein eigenes Feuerwerk und dann sparen wir uns das Geld. Ich schaue nur zu. Das ist einfach nicht so mein Ding. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.